Eigentlich ist das doch ein richtig schönes Gefühl, wenn wir verliebt sind. Zumindest, wenn wir glücklich verliebt sind. Aber was ist mit den Malen, wo wir unglücklich verliebt sind? Wie kommt es denn dazu, dass du in diese Frau unglücklich verliebt bist? Was sind die Fehler, die du gemacht hast und bzw. wenn du glücklich verliebt bist, was sind die Fehler, die du vielleicht noch machen wirst, die das Ganze kaputt machen könnten? Diese Folge dreht sich nämlich genau darum, was die Fehler sind, die verliebte Männer machen. Herzlich willkommen zum Freundinnen finden Podcast. Dem Podcast, wo du lernst, wie du Frauen verführst und auch langfristig diese Beziehung aufrechterhalten kannst. Und damit wollen wir loslegen. Also herzlich willkommen. Zurzeit gibt es wieder zwei Männer, die in der Flirtmasterclass, das heißt in unserem Einsteiger-Coaching, innerhalb von ein paar Wochen, der eine nach zwei Wochen, glaube ich, der ist jetzt gerade noch in der, ja korrekt, der ist in der zweiten Woche, hat jetzt schon eine Frau kennengelernt, wo er Hals über Kopf verliebt ist und sie sich schon per Textnachrichten, Schatz und hab dich lieb und vermiss dich, hin und her schreiben nach, ich glaube, zwei oder drei Dates. Und dann haben wir jemanden, der schon in der achten oder neunten Woche der Flirtmasterclass ist, auch schon deutlich weiter, weil er schon einige Dates in der Zeit gesammelt hat, viele Erfahrungen gesammelt hat und jetzt aber dennoch in dieser kurzen Zeit ebenfalls eine Frau kennengelernt hat, die ihm einfach den Atem verschlägt, wo er immer wieder sagt, bei ihr ist es anders, sie ist besonders, hier könnte es, es könnte die eine sein, es könnte die richtige sein. Und beides wunderschöne Gegebenheiten, die wollen wir natürlich gerne sehen, davon wollen wir bei dir auch mehr sehen. Und deswegen machen wir es jetzt auch zum ersten Mal hier auf YouTube. Also willkommen, falls du die erste Folge heute hier auf YouTube siehst. Diesen Podcast machen wir schon seit mehr als einem Jahr. Die ganzen anderen Folgen, die kannst du, wenn du den Podcast in der Beschreibung, dem Link folgst, dann auch auf Spotify und auf Apple Music und auf Amazon und auf Google Music und überall, wo es eigentlich Podcasts gibt, wo es Podcasts gibt, findest du auch den Freundinnenfitten Podcast. Also einfach draufklicken und dann kannst du dir noch die ersten 55 Folgen, glaube ich, ebenfalls anhören, von denen einige jetzt schon zu Klassikern geworden sind und immer wieder von unseren Teilnehmern hören wir immer wieder, dass sie diese Folge total gefeiert haben. Also herzlich willkommen. Diese Männer, die haben eine Sache richtig gemacht und das ist, dass sie angefangen haben, sich auf diese Reise zu begeben, die Reise, sich selber authentischer zu zeigen, ihr Selbstbewusstsein aufzubauen. Sie haben einen Leitfaden, dem sie folgen können, um so ganz einfach Frauen kennenzulernen, mehr zu flirten. Das ist alles wunderbar. Wo machen jetzt die meisten Männer einen Fehler? Die meisten Männer machen jetzt einen Fehler, wenn es heißt, sie könnte die eine sein. Denn dieser Konjunktiv ist für viele echt ein tödlicher Konjunktiv. Könnte die eine sein, könnte die richtige sein, führt nämlich oft dazu, dass sie die ganzen guten Gewohnheiten, über die ich gerade gesprochen habe, Selbstbewusstsein aufgebaut, neue Gewohnheiten etabliert, flirtiger, auf Menschen zugegangen, sozialer zu sein, dieses Selbstbewusstsein peu à peu aufgebaut. Diese Gewohnheiten sind jetzt nur noch ein, die werden jetzt nur noch als Treppe gesehen, die sie genutzt haben, um auf diese Höhe zu gelangen. Und jetzt, wo sie auf dieser Höhe sind, brauche ich diese Treppe nicht mehr. Und sie vergessen diese Gewohnheiten. Sie machen diese Gewohnheiten nicht mehr. Ob das jetzt bei diesen beiden Männern der Fall ist oder nicht, das werden wir noch sehen. Die sind ja bei uns weiterhin in der Betreuung. Da werden wir natürlich ein gutes Auge drauf werfen. Aber das ist ein Problem, das wir sehr oft beobachten. Wenn Männer sich Hals über Kopf verlieben, denken sie das, was uns glücklich verlieben. Das heißt, sie sind mit dieser Frau am Anbandeln. Sie treffen sich, sie schlafen mit ihr oder sie haben Dates. Sie küssen sich. Es ist definitiv eine romantische Bindung. Dass sie dann diese ganzen Gewohnheiten, die sie etabliert haben, fallen lassen. Und da drin liegt schon mal ein kritischer, absolut fataler Fehler. Und der ist, dass du das, was dich hier hingebracht hat, ehren solltest, weitermachen solltest. Das heißt nicht, dass du ewig lang Frauen kennenlernen musst, ewig lang Single bleiben musst. Nein, mein Ziel ist das nicht. Ich habe vorhin mit dir, Dominik, darüber gesprochen. Ich weiß, das war lange Jahre auch nicht dein Ziel. Du wolltest immer eine Beziehung führen. Jetzt gerade bist du ein bisschen auf einer Selbstfindungsphase, die ich auch sehr interessant finde. Das sind sehr gute Phasen, in denen wir uns selber kennenlernen. Aber keiner von uns hier, Zuhörer, Zuschauern, von uns beiden, ist daran interessiert, einfach nur eine Frau nach der anderen zu verführen und niemals eine tiefgründige Beziehung daraus entwickeln zu lassen. Dominik, du hast eine Freundin. Ich habe eine Freundin. Sven hat eine Freundin. Wir haben alle den Wunsch nach einer langfristigen Bindung. Sonst würden wir keine Beziehungen eingehen. Eine Beziehung ist eine unglaublich schöne Sache, die wir alle nicht missten wollen und die du auch nicht missen solltest. Deswegen applaudiere ich das, wenn du eine Freundin gefunden hast. Und gerade erst nach zwei Wochen im Coaching. Wunderbar, davon haben wir einige Männer gehabt. Der Ralf, von dem ich dir gerade vorhin erzählt habe, Dominik, der hat ja ebenfalls nach ein paar Wochen auch schon seine Freundin kennengelernt, als er zum Coaching war, vor ein bisschen über einem Jahr. Also, worauf solltest du achten? Das Wichtigste ist, dass du darauf achtest, was für dich der Schlüssel war, um dahin zu gelangen, wo du jetzt gerade bist. Und dieser Schlüssel, da wirst du sehr schnell verstehen, das ist keine Treppe, kein einmaliges, kein Lotto, kein Los, was du gekratzt hast und dann hast du im Lotto gewonnen und hattest Glück und jetzt kannst du den Lottoschein wegschmeißen. Nein, es sind die Gewohnheiten, die dich dahin gebracht haben, die du jetzt gerade dann, wenn es dir gut geht, weitermachen solltest. Wenn du saubere Zähne hast, dann legst du nicht die Zahnwüste weg und sagst, na, ich habe doch jetzt saubere Zähne, brauche ich ja jetzt nicht mehr meine Zähne zu putzen. Das ist logischer Menschenverstand. Authentischer zu sein, wird von vielen noch missverstanden, als, okay, ich muss extrovertierter sein, charismatischer sein, mir irgendeine Maske aufziehen. Aber das ist nicht authentisch sein. Deine authentischste Version, die aus dir herausfließen könnte, ist ultra attraktiv. Deswegen sagen wir immer wieder, schüchterne Männer, introvertierte Männer, Denker, Männer, die durchaus verkopft sind. Aber das ist ja nicht unbedingt von Nachteil, wenn du sehr clever bist oder interessante Gedanken hast. Es ist dann von Nachteil, wenn du dich durch diese Gedanken so blockieren lässt, dass du dich nicht mehr als dieser authentische Mann zeigst und dir selber den Mund verbietest oder dir selber die Freude im Gesicht verbietest oder die Wut im Gesicht verbietest oder den Zweifel im Gesicht verbietest oder alles. Wir sehen im Gesicht so viel von dem, wie du dich selber erlaubst, wie du dir selber erlaubst zu sein. Die kleinen Nuancen, die wir in der Mimik erkennen können, zeigen, ob jemand frei ist in dem, was er will und wie er sich fühlt und wie er sich gibt oder ob er dort blockiert ist. und es gab mal eine Studie, ich kann nicht genau sagen, ich kann die gerade nicht raussuchen, aber die war ziemlich einleuchtend darüber, was Menschen, die sich Opfer für, also Verbrecher, die auf der Straße nach Opfern suchen, um die zu berauben, Gewaltverbrecher oder Diebe, wonach die Ausschau halten, wenn sie sich ein Opfer aussuchen. Und ich habe ja gestern im Coaching-Call auch mit einigen Teilnehmern darüber geredet, was sind denn solche Dinge, auf die dann geachtet wird? Was glaubst du? Ist das, ob jemand eine dicke Geldbörse mit sich trägt oder klein ist oder alleine läuft? Das könnten alles vielleicht kontributierende Faktoren sein, also Faktoren, die auch mit reinspielen. Aber worauf wir instinktiv achten, worauf diese Verbrecher, die dann deine Schwächen ausnutzen, worauf sie achten, ist Asynchronität. Das bedeutet, sie achten ganz genau darauf, ist da irgendetwas faul an diesem Menschen? Bewegt er sich anders, als er sich, wenn er ganz frei und locker selbstbewusst wäre, bewegen würde? Also ist er verkrampft? Und wenn du in dir selber ruhst und du dich wohlfühlst in deiner Haut, wortwörtlich, dann sehen andere Menschen diese Ruhe, die du ausstrahlst, das kann keiner leugnen. Das ist das, wovon wir immer wieder sprechen, wenn wir sagen, ja, Frauen mögen selbstbewusste Männer. Das sagen ja nicht wir, das ist ja allgemein bekannt. Frauen mögen Selbstbewusstsein, wir alle mögen Selbstbewusstsein. Das liegt einfach daran, das Unselbstbewusstsein von uns als Schwäche wahrgenommen wird. Instinktiv. Da ist jemand, der ist nicht authentisch und das nehmen wir als Schwäche wahr und von manchen Menschen wird das dann sogar ausgenutzt. Und diese Emotionen, die du im Gesicht nicht zeigen kannst, die führen auch in Beziehungen, also in anbahnenden Beziehungen oft dazu, dass du dich ganz unnatürlich verhältst, weil du möchtest nichts falsch machen. Und wenn du nichts falsch machen möchtest, um diese Frau nicht zu verlieren, gerade weil es ja jetzt so gut läuft, dann bist du inauthentisch. Dann lässt du Sachen über dich ergehen, die dir eigentlich missfallen sollten. Dann lässt du Sachen zu, zu denen eigentlich deine Werte Nein sagen. Dann lässt du Freunde und Menschen und Aktivitäten, die dir wichtig sind. Lässt du links liegen und fokussierst dich voll und ganz nur auf diese eine Frau. Es kommen immer mehr neue Gewohnheiten dazu, die alte, die diese alten, guten Gewohnheiten Stück für Stück ersetzen. Und ehe du dich versiehst, vergehen ein paar Wochen, Monate und du bist nicht mehr derselbe. Und das ist dann der Moment, wo kennen wir vielleicht alle, wo dann manche Freunde von dir oder ein guter Freund irgendwann sich nicht mehr bei dir wirklich meldet, weil er gesehen hat, du verbringst sowieso nur noch Zeit mit ihr und willst nicht mehr Zeit mit den Jungs verbringen. Und solche Fälle, die kennen wir. Die kennen wir vielleicht von anderen Freunden aus dem Bekanntschaftskreis. Das ist alles für uns glasklar, wenn wir es von außen beobachten. Aber für den Mann, der in dieser Situation ist, ist das ein so schleichender Prozess, dass er nicht merkt, wie er sich Stück für Stück selber verliert. Und irgendwann sind diese verkrampften Emotionen im Gesicht so erkennbar, wenn du mit ihm redest. Für ihn ist es nicht erkennbar, aber für uns natürlich ist es extrem eindeutig. Und darum ist es so wichtig, dass du eine dieser Gewohnheiten, die nun mal Authentizität ist, aufrechterhältst. Weil der Schlüssel dazu, dass du dann auch mit dieser Frau, mit der es jetzt gerade gut läuft, auch weiterhin gut laufen wird, ist, dass du diese authentische Seite an dir, insbesondere dann, wenn das Gefühl kommt, jetzt läuft es ja so gut, jetzt will ich sie nicht verlieren, erst recht dann weiter fortführst. Dass du unabhängig bist, dass du Scherze machst, die ihr auch vor den Kopf stoßen, dass du dich nicht einschüchtern lässt von ihrer Schönheit, ihrer alles, was dich so nervös macht, sondern du nach wie vor diese attraktiven, flirtigen, aneckenden, selbstbewussten und unabhängigen Charaktereigenschaften, die du dir antrainiert hast, auch weiter fortführen. Und damit haben sehr viele Männer ein echtes Problem, weil sie glauben, naja, jetzt brauche ich das ja nicht mehr, jetzt habe ich sie ja gefunden, jetzt habe ich ja schon alles geschafft, was ich wollte. Aber damit verlierst du sie halt nur noch. Auf die vermeintlichen Werte, die du dir so hoch anrechnest, stürzt und sagst, ich bin halt ein guter Kerl, ich bin halt ein netter Kerl, ich nutze andere nun mal nicht aus. Und dieses Ego, Stichwort Ego, kannst du auch in, ich glaube, Folge 51, vom vor drei Wochen reinhören. Da haben wir Ego sehr ausführlich erklärt. Das ist diese Selbsthypnose, dass du dieser Mann bist, der nett ist, der zuvorkommend ist, der andere nicht verarscht und so weiter. Und das redest du dir so sehr ein, dass du ebenfalls diese Bandbreite an Möglichkeiten deiner Persönlichkeit, also wir alle sind mehr als nur das, was wir in diesem einen Moment sind. Authentisch sind quasi einfach nur, also wirklich authentisch sind eigentlich nur Objekte, weil in jedem Augenblick sind wir nicht 100% dessen, was wir wirklich sind. Wir können uns nur in jedem Augenblick so zeigen, wie wir in diesem Augenblick uns fühlen. Und selbst das kriegen wir meistens nicht hin. Also wirklich die Bandbreite an Emotionen und an Werten und an Erfahrungen, die dich ausmachen, die wirklich so zu zeigen, dass du als ganzer, authentischer, unabhängiger, selbstbewusster, freier Mann wahrgenommen wirst, da versagen schon die meisten. Und wenn du jetzt sagst, ich bin nun mal einfach der nette Kerl und du hältst es dir so in Ehren, dass du es nun mal nicht kannst, mit Frauen zu flirten, weil du flirten verteufelst oder glaubst, das wäre Spielchen spielen und Manipulation, dann bist du verliebt in dieses Selbstbildnis von dir und findest es wichtiger als wirklich diese Schwäche, die du hast, die da ist, dass du dich nicht wirklich so zeigen willst, wie du bist, nämlich tatsächlich auch verletzt und du würdest gerne Liebe spüren und du hättest gerne Erfolg und du hättest gerne diese Frau an deiner Seite und da du das nicht zugeben kannst und viele Männer, denen ich dann auch geredet habe, würden sich dann partout auch keinen Coach suchen, weil das war ein Satz, den ich mal gehört habe, da muss schon die Hölle zu gefrieren, bevor ich mir dort einen Coach suche und dieser Mann war seit 10 Jahren ungeküsst, also er hatte eine Beziehung mit, keine Ahnung, mit 21 und war dann 31 und hatte immer noch seit diesen 10 Jahren kein Sex, keine Beziehung, nichts und natürlich wollte er eine Beziehung haben, aber naja, Hilfe wollte er nicht annehmen, er wollte nicht zeigen, dass er es nicht kann, jedes Mal, wenn andere über Frauen geredet haben, dann hat er geschwiegen und hat einfach nichts gesagt und man hat aber gemerkt, ihm war das unangenehm, aber zugeben wollte er es nicht, er wollte nicht um Rat fragen, wollte nicht andere fragen, hey, wie macht ihr das denn, ich traue mich das nicht, habt ihr da einfach so mit ihr gesprochen, wie hast du das gemacht, wollte er nicht, dieses Ego, dieses Selbstbildnis war so groß, dass es ihm wichtiger war als sein eigenes Liebesglück und das ist ungefähr genauso schlimm, ja, es ist genauso schlimm, wenn du so selbstverliebt bist, auch wenn du das nicht wahrnimmst, so selbstverliebt in dieses Bild von dir selber, das so edel ist, in Anführungsstrichen, vermeintlich, aber das ist es einfach nicht, edel wäre es, wenn du zugibst, ich kann es nicht, es tut mir weh, ich will was anderes, wenn du die Wut auch mal zulässt, die du auf dich selber hast, und du versuchst diese Wut dann in etwas, in einen Kanal rein zu bewegen, der produktiv ist, der konstruktiv ist, wo du dann aus dieser Wut dann tatsächlich auch was erschaffen kannst, ja, zum Beispiel in Sport, ja, dass du diese Wut in Sport reinsteckst, um an deiner Gesundheit zu arbeiten, dadurch natürlich auch an deinem Aussehen und an deinem Selbstbildnis, an deinem Selbstbewusstsein, dann fühlst du dich ganz anders, aber nein, diese Wut wird dann unterdrückt, dann wird sich ein Gesicht aufgesetzt von, naja, bin halt, bin halt zu nett, und dieses absolut inauthentische Dauerlächeln merken andere einfach, und das ist, das werden wir als Schwäche aus, also erkennen, das erkennen Menschen einfach als Schwäche, das bist nicht du, und das ist dieses Bild, von dem Dominik gerade gesprochen hat, wenn jemand sich so darstellt und sich nicht diese Emotionen erlaubt, dann ist er nur einen Bruchteil von der Bandbreite, die er eigentlich ausfüllen könnte, an Emotionen, an Anziehungskraft, und das ist so eine Schande, also wenn wir davon sprechen, wie du dein volles Potenzial, was schon so eine Catchphrase ist von vielen in der Persönlichkeitsentwicklung, entwickel dein volles Potenzial, was heißt das eigentlich? Na, im Grunde bedeutet das genau das, dass du im Moment dich extrem beschneidest und dich selber blockierst, mehr zu lachen, mehr zu weinen, mehr zu kämpfen, mehr zu lieben, mehr zu verehren, unabhängiger zu sein, Nein zu sagen, all diese Bandbreite auszufüllen, das ist ein Flirt, das ist lebendig, das ist das Spiel von er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht, was sie damals in der 5. Klasse mit der Blume im Pausenhof gespielt hat. Das ist die volle Bandbreite an Emotionen, das ist nicht einfach nur, steht hier, ach, ich zitiere aus irgendeinem Grund immer wieder mal die Bibel, ich weiß nicht, aber Gott sagt doch, Jesus sagt so, du sollst nicht lauwarm sein, bist du lauwarm, spucke ich dich wieder aus, du sollst entweder heiß oder kalt sein, und das bedeutet das, es ist einfach unattraktiv, wenn du dich nicht entscheidest, wenn du wischi waschi bist, entweder du gehst all in und du sagst einer Frau zum Beispiel, ich finde dich unglaublich attraktiv, ich habe mich die ganze Zeit nicht getraut, mit dir zu reden, aber ich würde unbedingt gerne mal mit dir was trinken gehen, keine Ahnung, ob du Lust drauf hast oder Single bist, aber ja, ich wollte das nun mal sagen, mein Name ist Andi, hi. Wirst du dann versagen? Vielleicht, vielleicht, vielleicht nicht, aber wenigstens hast du dich dazu entschieden und du gehst einmal in diese Bandbreite hinein deiner Persönlichkeit, du bleibst nicht in diesem lauwarmen Bereich, ja, genauso mal wütend zu werden auf dich selber, weil, ja, ich meine, da gibt es viele Übungen, die man machen kann, viele Sachen, die, von denen manche hilfreich sind und manche wiederum nicht so hilfreich, in den Wald zu gehen, zu schreien, klar, kannst du alles machen, ja, ich habe früher einen Baseballschläger gehabt und hatte so eine alte, verranzte Couch in meiner Wohnung und habe dann, wenn ich wütend war, auf diese Couch mit einem Baseballschläger draufgehauen und dann war einmal an meinem Kumpel zu Besuch und er hat gesagt, was, was machst du denn da? Und er war genau so jemand, der einfach ein bisschen verkrampft war und sich nicht diese, diese Bandbreite an Emotionen zugestellt, zugelassen hat. Und dann habe ich ihm einen Baseballschläger gegeben und habe gesagt, komm, mach doch auch mal, es ist geil, es fühlt sich gut an. Er so, was? Und dann hast du dieses leichte Lächeln im Gesicht gesehen, dieses Antizipieren, dieses, oh, vielleicht hat er ja recht, könnte ja Spaß machen und auf einmal drescht er da auf diese Couch ein und ich habe gefragt, und wie geht es dir? Und er so, wow, es hat gut getan. Ja, man, ne? Gibt viele Sachen, die du tun kannst, um diese Bandbreite auszufüllen, kannst Kampfsport machen, Vollkontakt-Kampfsport, ja, für Wut, für Aggression, was natürlich in den letzten drei Generationen im Westen einfach nicht wirklich stattgefunden hat. Ja, wir wurden dazu antrainiert, zu sozialen, freundlichen, netten, funktionierenden Wesen zu agieren und das hat alles einen Stellenwert, aber du musst dir halt denken, jede einzelne Generation bis von vor 80 Jahren etwa, hat jede einzelne Generation vor uns Krieg erlebt, Gewalt erlebt. Auch wenn das nicht angenehm ist, ist Aggression, ist Wut, ist Krieg, ist sogar Hass, ein echt intrinsischer Teil der menschlichen Erfahrung und sich diesen zu verwehren und zu sagen, ich habe davon nichts, ich bin, ich, ich, ich lasse das nicht zu oder meine Mutter hat mir was anderes beigebracht oder die Kirche hat mir was anderes beigebracht, vergeben, vergeben, vergeben und freundlich sein. Damit wirst du immer inauthentischer, inauthentischer, inauthentischer und diese Wut auf dich selber wird immer größer, 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 die Enttäuschung wird immer größer, größer, größer und dann spiegelt sich das in deinen Ergebnissen wieder und du findest einfach nicht diesen Anschluss an Frauen, die du gerne, den du gerne hättest, wo diese Frau halt wirklich auch mal in dir etwas sieht, was sie in anderen Männern nicht sieht. Das kann sie nicht. Das kann sie nicht, wenn du wenn du vor dir so eine Maske trägst, dieses immer freundlich Seins, immer Lächeln Müssens oder bloß nicht Grenzen aufzeigen, bloß nicht jemandem Nein sagen, jemandem vor den Kopf stoßen, dann bist du nur eine Hülle deiner selbst, die ist inauthentisch und das merkt sie und das ist einfach nicht attraktiv und damit bist du bei vielen Frauen schon von der allerersten Sekunde an, wenn sie das wahrnimmt, unten durch, unten durch, da hast du gar keine Chance, weil das spüren wir, das riechen wir, wie gesagt, so suchen sich ja auch Qualtverbrecher ihre Opfer aus, das merken wir einfach, Asynchronität, wenn du synchron bist, also das Gegenteil von Asynchronität, dann sind deine Worte, deine Gedanken und deine Taten synchron, dann ist das, was du denkst, dasselbe, was du sagst, dasselbe, wie du dich gibst und Menschen können sich mehr auf dich verlassen, können dir auch mehr vertrauen und dann können Frauen sich auch dir mehr anvertrauen, weil sie merken, das ist ein Mann, der ist einfach, wie er ist. Deswegen sind Arschlöcher so interessant für viele Frauen, weil diese Männer, die sich arschig verhalten in Anführungsstrichen, denen sind andere einfach egal, die machen tatsächlich das, was sie wollen und das ist in erster Instanz interessant. Oh, da ist jemand, der macht einfach, was er will, authentisch. Das will ich auch. Ich will auch einfach das machen, was ich möchte. Ich will nicht immer an andere denken müssen. Dazu können wir alle etwas, davon können wir alle eine Scheibe von abschneiden. Das möchten wir alle irgendwie auf irgendeiner Ebene einfach mal drauf scheißen und einfach machen. Körper und Freiheit. Genau. Und diese Freiheit, das ist ein Urbestandteil deiner Männlichkeit. Der ist so, der ist so tief in dir drinnen und den hast du so begraben durch all diese Regeln, durch all diese Limitation, dass wenn dann jemand sich arschig verhält und frei ist, dann verteufeln wir ihn. Und aus gutem Grund in den meisten Fällen, weil dieser Mann ist halt nicht nur frei, sondern er tut auch noch anderen weh. Und da kommt dann eben die Komponente, die du nicht machen möchtest. Und das ist auch okay so. Aber was ist denn mit der freien Komponente? Die verteufelst du dann mit zusammen. Dann verteufelst du den ganzen Mann als Gesamtpaket Arsch. Er ist frei, er ist unabhängig und er ist ein Arsch. Will ich nicht. Und dann bleibst du in dieser Unfreiheit. Extrem unattraktiv. Lass uns doch diese Eigenschaften, die attraktiv sind, von denen, die gesund und ungesund sind, trennen und einfach mal ganz nüchtern sagen, es ist schon attraktiv, wenn dieser Mann einfach sich verhält, wie er sich verhalten möchte und auf andere Meinungen scheißt. Das als Grundumstand ist schon attraktiv. Ja, kann ich zugeben. Das würde ich auch gerne können. Und im gleichen Atemzug möchte ich dann für andere da sein. Und ich möchte, dass andere sich auf mich verlassen können und zuverlässig sein und hilfsbereit sein. Das kannst du alles gleichzeitig sein. Aber hilfsbereit bist du schon. Da musst du nicht diese Bandbreite noch mehr ausfüllen. Da hast du dich ganz schön, da hast du dich schon erfahren. Das darf schon der Arsch lernen. Aber auf der anderen Seite der Bandbreite, korrekt, das muss er lernen. Aber auf der anderen Seite darfst du mehr von dieser Freiheit lernen und von dem, okay, ich mache jetzt einfach mal und scheiße drauf, was andere über mich denken. Das sind diese Eckpfeiler des Coachings, in denen wir immer wieder an Menschen geraten, die sich nach einigen Wochen einfach so befreit fühlen, die, ich habe gerade gestern telefoniert mit einem unserer ehemaligen Teilnehmer, der, der Jan, der hat, der hat erzählt, wie, wie er vor zwei Jahren noch sich einfach nicht hätte vorstellen können, wie er jetzt zurzeit lebt. Das war für ihn unmöglich. Der hat, er hat zwei Coachings bei uns gemacht, Flirtmaster Class, danach die Seduction Mastery und mittlerweile datet er zwei, drei Frauen in der Woche. Er hat mehrere langfristigere Freundschaft plus, wo eine für ihn auch immer ernster wird, aber da muss er schauen, ob das für ihn wirklich dann passt als Beziehung oder nicht und ein komplett neues Leben an Freiheit aufgebaut, was er früher einfach nicht hatte. Diese Fülle, diese Möglichkeiten an Frauen, die er vorher nicht hatte, die haben ihm ein ganz anderes Selbstbildnis gegeben, eine ganz andere Ausstrahlung, Ruhe. Wenn er sich jetzt um seine Gesundheit kümmert oder um sein Unternehmertum, da ist er selbstständig, dann macht er das alles mit der Gewissheit, dass er das mit jemandem teilen kann, dass er das nicht alles nur für sich selber macht, sondern dass er jemanden an seiner Seite haben kann und da hat er sich gestern nochmal richtig ausgiebig bei mir bedankt, was ich natürlich auch an dich weitergeben möchte, weil du ja da auch dazu beigetragen hast. Mindset war eins seiner Schlüssel. Die Challenges, hat er gesagt, das hat dazu enorm beigetragen, vor allem Woche vier, wie bei so vielen die Woche vier und die Mindset-Arbeit. Ja. Und diese Gewohnheiten, die trägt er natürlich auch weiterhin, ganz wichtig. Das können einige Menschen von... Ja, bitte. Das ist ja das Ziel. Also deswegen machen wir das ja. Also wir sehen das in euch, was wir damals auch für Probleme hatten. Wir sehen die Hürden, wir sehen das, was vor euch liegt, wir sehen die Blockaden in eurem Kopf und dann lösen wir das und wir lösen das aber nicht mit euch, damit ihr zwei Wochen nach dem Coaching dann das alles wie aus dem Fenster schmeißt, nur weil ihr eine Frau gefunden habt. Ja. Das ist schade. Das ist... Ich hoffe, du bist dir da selber auch mehr wert. Wir sehen das auch sehr häufig so, wenn du als Teilnehmer zu uns ins Coaching kommst, in die Flirt-Masterclass, aber auch entsprechend, wenn du über interessewecken.de dich bei uns zu uns stößt, mit den Flirten, die Flirt-Spezialisten, der Name ist eingefallen, peinlich, in die Flirt-Spezialisten stößt, dann hast du auch entsprechend ein Coaching dabei. Und also natürlich hast du auch in der Flirt-Masterclass ein Coaching dabei, das ist Coaching pur. Aber was wir dir da zeigen, ist einmal die Woche, du hast einen Coaching-Call mit uns, wo wir dir zeigen, wie die Flirt-Elemente funktionieren, wie wir dir das Flirten beibringen, Schritt für Schritt. Jede Woche hast du den Call und du übst das in einem sicheren Rahmen. Und viele Teilnehmer, ich habe das ganz oft dann in den Mindset-Calls, muss ich denen sagen, sag mal, glaubst du eigentlich, dass das, was du Montags übst, die Flirt-Elemente, dass das einfach nur in diesem Rahmen funktioniert und in der echten Welt da draußen nicht? Und dann fühlen die sich, also dann, 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 ja, finden sie halt nicht die richtigen Worte so dazu. Und dann fühlen die sich aber auch ertappt, weil genau das denken sie. Sie denken, das ist ja Spaß hier mit den Jungs, da ein bisschen einmal, einmal die Woche so zwei Stunden rum zu joken und Flirt-Elemente zu lernen. Aber in der echten Welt funktioniert das ja nicht. Und genau das ist der Fehler. Du denkst halt weiterhin, dass du, dass du, dass das Flirten irgendeine magische Box ist und nur weil du dich jetzt für ein Coaching entschieden hast, funktioniert das jetzt auch mal. Aber du musst halt auch den Weg gehen. Und wir zeigen dir den Weg sehr gerne. Und der Weg ist auch sehr spaßig tatsächlich. Das ist keine großartige Arbeit. Manchmal ist es Arbeit. So, müssen wir nicht verschweigen. So, zum Beispiel auch zu dem Punkt, was du auch gerade gesagt hast, Andi, mit Woche vier, Woche vier, aber auch sich selber einfach mal ja, seinen Ängsten stellen und in die Emotionen auch nochmal reinkommen. So, die Verteidigungsrede habe ich jetzt am letzten, am letzten Samstag, am letzten Coaching-Call nochmal gemacht. Und das ist etwas, also ich mache mit dem Teilnehmer und er muss sich dann vor der ganzen Truppe in Anführungszeichen verteidigen, warum er Erfolg bei Frauen verdient hat. Und das ist manchmal sehr erfolgreich und manchmal weniger erfolgreich, aber es ist nie, nie erfolgreich. So, warum ist es sehr erfolgreich oder auch manchmal weniger, also weniger stark erfolgreich? weil so eine große Blockade in den Männern ist, sich zu zeigen, authentisch zu sein, mal wütend zu sein, ne, also wie jetzt du auch das Beispiel beschrieben hast, so einfach mal die Wut rauszulassen mit dem Baseballschläger auf die Couch hauen und so weiter oder auch, ja, Kampfsport zu machen oder sowas, ah, das geht ja nicht, das darf ich nicht, diese Freiheit entsprechend in sich, aus sich heraus zu kapseln und das als Fremdkörper wahrzunehmen. Wenn wir das nicht lernen, wenn wir, wenn wir eine Emotion, wir haben ein Spektrum an Emotionen als Menschen, wenn wir nur eine Emotion davon verteufeln und meistens verteufeln wir mehrere davon, also erstmal ist es auf jeden Fall Wut und dann ist es ganz schnell auch die nächste Emotion Trauer, die wir als Männer nicht zulassen. Und wenn wir einfach nur eine Emotion verteufeln und nicht zulassen uns, dann machen wir das mit allen Emotionen. Du kannst nicht eine Emotion isoliert betrachten und als böse darstellen, das ist das gesamte Spektrum, was du dann halt böse darstellst und nicht zulässt. Das ist ja auch der Grund, warum dann... Und da es deine Emotionen sind, verteufelst du dich selber dann als böse. Absolut, absolut. Weil das ist ja auch dann direkt die Korrelation, die wir als Kind hören. Ich habe das ja damals für mich so aufgearbeitet. Das war ein ganz normaler Tag und ich war zwei, drei Jahre alt oder sowas. Und meine Mutter hat... Ich habe im Haus rumgetugt und meine Mutter hat zu mir gesagt, sei nicht so laut, du störst. Das hat dazu geführt, dass ich Jahre später mich nicht getraut habe, meine Emotionen zu zeigen, mich nicht getraut habe, mich zu zeigen, mich getraut habe, laut zu lachen, geschweige denn irgendwie, eine Frau anzusprechen und sowas. Aber das sind dann meist nur diese kleinen Momente. Aber weil sie gesagt hat, sei nicht so laut, du störst, das meinte sie gar nicht böse. Ich bin ja auch nicht böse drum. Passiert so. Da hätten wir auch den Fuß stoßen können und das wäre auch ein Trauma gewesen. Keine Ahnung. Aber dieser kleine Moment hat dafür gereicht, dass ich meine Emotionen nicht zugelassen habe und dann auch entsprechend mich selber verleugnet habe. Und wenn wir entsprechend eine Emotion von uns verleugnen, dann verleugnen wir uns selbst, weil wir uns dann einfach nicht mehr zeigen können. Ja. Das geht so tief, das ist so traurig und das ist einfach so unnötig, weil gerade die Emotionen das sind, was uns ausmacht und was Verbindung herstellt. Mir ging es nicht anders. Also meine ersten Versuche waren Frauen von mir zu überzeugen, die sind alle daran gescheitert, dass ich sehr ungeduldig war und einfach viel zu früh gedacht habe, okay, jetzt mag sie mich, jetzt sind wir zusammen im Grunde. Also jetzt sind wir zusammen, wir haben uns noch nicht mal geküsst, jetzt sind wir quasi schon zusammen. Alles, was ich machen muss, ist wie im Hollywood-Film, ihr zu sagen, dass ich mich in sie verliebt habe und dann wird alles gut. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe gedacht, okay, Katze ist im Sack, ich sage ihr jetzt, dass ich mich in sie verliebt habe und dieses romantische Spiel, was ich bisher gemacht habe, mit sie nach Hause zu begleiten und ihr Blumen mitzubringen und ein Gedicht zu schreiben, alles, was ich wirklich tatsächlich gemacht habe, das hat funktioniert. Ich habe sie umgarnt. Es ist ganz schön irre, wie die Dating-Kultur, die es vor 300 Jahren gab, mit Briefen, Musik und Bezirzen und aufs Date einladen und fürs Essen zahlen, wie all das immer noch Einhalt gebietet in unseren Gedanken, wenn wir glauben, ja, so lerne ich Frauen kennen. Nein, nicht im 1.2. Jahrhundert. Das sind Elemente, die du spielerisch mit reinbringen kannst, aber nicht, wenn du nicht vorher gezeigt hast, dass du ein sozial integrierter, intelligenter, sozial intelligenter und integrierter Mann bist, der unabhängig und trotzdem liebevoll mit dir umgehen kann, also der sie nicht braucht, der nicht durch das Bezahlen des Essens versucht, sie von sich zu überzeugen oder dadurch, dass er sie nach Hause bringt, ihr zu zeigen, was für ein Gentleman er ist. Nee, dann wird gar nichts funktionieren. Tatsächlich dort auch einfach zu sagen, wir sind auf Augenhöhe, nach dem Date verabschieden wir uns und dann geht sie alleine nach Hause und ich gehe alleine nach Hause. Warum sollte das nicht funktionieren? Es sei denn, sie wohnt irgendwo in einem extrem dunklen, gefährlichen Allee und muss da jetzt noch alleine um Mitternacht hin in einem schwarzen Loch. Ja, dann sei ein Gentleman, dann begleite sie natürlich. Aber das ist ja in den meisten Fällen nicht der Fall. Das wäre extrem gefährlich. Gut, aber hier, perfekter Punkt, wer begleitet mich? Das ist doch ein guter Punkt. Da, da kannst du dann flirten. Das ist doch klasse. Da kannst du mit ihr dann, da kannst du so einen Scherz einfach raushauen, wie du es jetzt gemacht hast, Dominik. Aber wer begleitet mich? Ich habe auch Angst. Jetzt muss ich bei dir bleiben. Oder du begleitest mich wieder raus und ich begleite dich wieder rein. Und best date ever. Genau, ey, Augenhöhe, flirten, das macht viel mehr Spaß als diese Verpflichtung von, naja, ich muss jetzt hier dieser Tradition würdig werden. und naja, ich war total ungeduldig. Ich habe gedacht, ich mache all das Richtige und dann klappt das schon und dann habe ich ihnen allen gesagt, dass ich mich in sie verliebt habe und eine nach den anderen hat mir gezeigt, dass wir nur Freunde werden, wenn überhaupt. Och, Andi. und diese Vorstellung von, ich war selber genauso verliebt in meine eigene Vorstellung von diesem Romantiker, von dem ich mich selber so gesehen habe und die Welt hat mir einfach gezeigt, so klappt das nicht. Ja, noch nicht. Es fehlt noch ein Schritt davor. Korrekt. Nur, nur weil du nicht in, wenn du, wenn du Mehl mit Marmelade mischst, noch lange kein Butterbrot hast, heißt das ja nicht, dass grundsätzlich Marmelade auf etwas, was mit Mehl hergestellt wurde, drauf geschmiert werden kann. Das kannst du schon machen, aber davor muss halt aus dem Mehl erst Brot gemacht werden. Und genauso ist es auch beim Kennenlernen. Du kannst nicht sofort am Anfang sagen, ich habe mich in dich verliebt, sondern erst mal bleibt ihr auf Augenhöhe, bleibt unabhängig, datet, habt Spaß. Du zeigst ihr, dass du eben nicht einer von den anderen bist und damit meine ich nicht, dass du kein Arsch bist, sondern, dass du nicht einer von den anderen bist, die sich inauthentisch geben, sondern, dass du authentisch bist. Und dann kann sie dir vertrauen und du kannst Spaß haben und du kannst sie küssen und sie möchte mehr davon haben und dann kommt die zusammen, die schlaft miteinander und ihr habt eine wunderschöne Zeit zusammen. Wann solltest du mit ihr zusammenkommen? Okay, hier ist noch wirklich einfach eine ziemlich einfache Faustregel, die du bemerken kannst. Solltest du denn gerade mit einer Frau ihr näher kommen und du hoffst, dass sie zusammenkommt und da musst du jetzt echt in dich gehen und dich fragen, schaffe ich das? Und wenn die Antwort nein ist, dann hast du ein großes Problem. Wovon spreche ich? Ich meine, dass du erst nach drei Monaten Minimum, wo ihr auch miteinander schlaft, wo ihr euch regelmäßig seht, erst überhaupt anfangen solltest, eine Beziehung zu decken mit ihr. Davor ist das immer noch ein Austesten. Passen wir überhaupt zusammen? Ja, genau. Und das machen so wenige nicht. Viele sagen dann, wie lange seid ihr zusammen? Ja, seit zwei Wochen. Okay, wie lange kennt ihr euch? Ja, seit zwei Wochen. Hä? Soll das funktionieren? Direkt gesehen und entschieden, dass ihr zusammen seid oder was? Also ich habe meine Beziehung... Da sind ja beide extrem verzweifelt, wenn die das machen. Ja, codependent. Sämtliche Beziehungen, die ich in meinem Leben gehabt habe, die fangen erst ab drei Monaten, drei bis sechs Monaten an. Alles, was kürzer war als das, zähle ich doch nicht als Beziehungen. Das waren Liebschaften, das waren Romanzen, das waren Abenteuer, das waren Affären, das waren alles. Wunderschöne Kapitel meines Lebens. Aber doch keine Beziehungen. Eine Partnerschaft, eine Beziehung, dazu gehört ein Level an Commitment und das kannst du ja nicht einfach nur einem Fremden geben, dieses Level an Commitment. Also mindestens drei Monate, Minimum, wirklich daten, kennenlernen, filtern, in die Tiefe gehen, wirklich herausfinden, aus welchem Holz sie so geschnitzt ist und ihr die Möglichkeit geben, herausfinden, aus welchem Holz du so geschnitzt bist und dann können wir über eine Beziehung sprechen. Drei Monate, das ist so eine Faustregel. Vor allem auch zu Beginn, wenn du wenden, dieser drei Monate darfst du natürlich auch daten und wenn sich dann herauskristallisiert, so keine Ahnung, du triffst vielleicht regelmäßig drei Frauen die Woche oder so, was keine hohe Zahl ist und was auch völlig okay ist zu tun und dann stellst du halt fest, diese drei Frauen, wo immer mal sich dann eine auswechselt, aber diese eine bleibt über Monate hinweg dann immer wieder bestehen, dann triffst du dich natürlich auch weniger mit den anderen Frauen oder lässt weniger, weniger ganz natürlich, das ist ein ganz natürliches Ausfaden dieser Art, dieser Geschichte. Du triffst dann einfach weniger Frauen automatisch, weil es sich einfach immer richtiger anfühlt, weil es sich immer mehr danach anfühlt, okay, hier könnte etwas gehen, hier diese Person, die lerne ich immer mehr kennen. Wir lernen unsere Eigenarten kennen und das ist dann so, drei Monate ist halt schon echt der Punkt, wo ihr schon ein gutes Stück euch kennengelernt habt. Drei Monate, Achtung, Achtung, drei Monate, wenn ihr euch regelmäßig seht, wenn es um Fernbeziehungen geht oder eine Fernbeziehung, wenn du eine Fernbeziehung aufbauen möchtest mit dieser Frau, das sind nochmal ganz andere Regeln. Ja, dann ist es noch länger. Und in diesen drei Monaten natürlich auch miteinander zu schlafen. Ja. Wenn da noch gar nichts in der Kiste lief, dann machst du dir was vor, mein Lieber. Ähm, dann machst du dir was vor. Und wenn ihr euch nur einmal geküsst habt und seitdem hat sie gesagt, ja, ich glaube, ähm, im Moment kann ich dir nicht mehr als Freundschaft bieten, obwohl sie dich schon mal geküsst hat, dann machst du dir ebenfalls was vor, wenn du jetzt monatelang dich mit dir triffst und glaubst, ja, ich muss nur geduldig sein. Nee, du bist inauthentisch. Damit ist der Zug schon längst abgefahren. Damit hast du verloren. Du musst dich jetzt dazu entscheiden, dir wieder deine Freiheit zurückzunehmen, wieder deinen Rückgrat zurückzuholen. Und wenn diese Frau dir nicht gut tut und es dir wehtut, in ihrer Nähe zu sein, dann ihr das auch zu sagen und Abstand zu nehmen von dieser, von diesem, von diesem Energiesog. Ich sage nicht, dass sie ein schlechter Mensch ist, aber offensichtlich zieht sie dir dann Energie, macht dich traurig. Das ist total selbstdestruktiv. Warum, warum tust du dir das an? Wie gesagt, noch habt ihr überhaupt keinerlei Verpflichtung gegenüber. Es ist was anderes, wenn ihr schon fünf Jahre zusammen seid oder verheiratet oder du möchtest diese Beziehung nicht einfach aufgeben, weil, naja, ihr habt euch einander versprochen, committed. und dann gibt es mal Phasen, in denen es schwer ist. Das ist was anderes. Davon spreche ich nicht. Ja, dann, dann arbeite an dieser Beziehung und krieg sie wieder hin. Ja, kommt wieder zueinander. Aber wenn wir gerade vom Anfang sprechen und ihr habt noch nie miteinander geschlafen oder nur ein, zwei Mal und seitdem läuft da einfach nichts und sie hat offensichtlich schon verbalisiert, dass da nicht mehr gehen wird, dann redest du dir echt was vor. Dann machst du dir was vor und das ist Selbstdestruktion. Ja, hast du nicht nötig. Und damit sind wir auch wirklich bei dieser Frage, weil dann denkst du dir vielleicht, ja, aber sie ist echt besonders und ich, ich, ich tue das nur, weil ich sie echt mag und weil sie anders ist. Und das ist eine, eine ungesunde Form von verliebt sein, weil, die können wir gar nicht wirklich verliebt sein nennen. Du, du nennst das vielleicht verliebt sein, weil es sich so vermeintlich anfühlt, weil du dieselben irrationalen Gedankenmuster hast, aber eigentlich ist das Abhängigkeit. Du bist abhängig. Du gibst deine Freiheit auf, du gibst dich selber, deine Authentizität auf und wandelst sie in irgendetwas anderes um, weil du diese, diese Gefühle kriegst von ihr, die sie gerade in dir auslöst. Und das kann entsprechend Verliebtheit sein, das kann eine Form von, ähm, keine Ahnung, angebietet sein, sein, also, dass sie dich entsprechend, das ist das Gefühl, dass du sie, sie schaut dich einfach so verliebt an und alles, was du tust und sagst, ist einfach so wahnsinnig hinreißend und das ist einfach ein ganz warmes, wohliges Gefühl, dass du plötzlich von einer tollen Frau, hübschen Frau, sexy Frau so viel Aufmerksamkeit bekommst. Das, ähm, das möchtest du alles natürlich gerne wiederhaben, weil das ist eine Droge und, also, wenn wir von Abhängigkeit sprechen, einfach nochmal Disclaimer, so, wir können auch das Wort Sucht benutzen und dann ist sie die Droge und, ähm, sie löst entsprechend diese Gefühle in dir aus und, wenn du dann sagen würdest, okay, ja, für sie würde ich natürlich dann auch von mir aus in eine andere Stadt ziehen, wenn du das gar nicht vorhattest oder, was auch immer, mich in irgendeiner Form anpassen, verändern, damit ich weiterhin diese Gefühle bekomme, sprich, die Droge konsumieren kann, dann bist du abhängig. Dann bist du nicht mehr du selbst. So, tausch die Worte Frau gegen Drogendealer aus und dann siehst du ganz genau, was wir hier meinen. Und wir sagen jetzt nicht, oder ich sage jetzt auch nicht so, die Frau ist böse, die Frau ist schlecht. So, das ist nicht meine, meine Message hier. Die Message ist, dass wir, gerade, gerade wir Männer in der heutigen Zeit sind, so verhungert oder hungern so sehr nach Liebe und Aufmerksamkeit und das hat noch ganz andere Gründe, warum wir das tun, aber wir hungern so sehr danach, dass wir den, 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 den einfachsten Strohhalm greifen, keine Ahnung, ob das ein, das ein Sprichwort ist oder so, den einfachsten Strohhalm greifen, der, der uns zeigt, guck mal, hier ist ein bisschen Liebe, hier kannst du ein bisschen Liebe bekommen und dann vergessen wir uns und dann wollen wir nach zwei, drei Wochen mit dieser Frau zusammen sein, obwohl wir sie halt noch gar nicht wirklich kennen. In zwei, drei Wochen, wie oft konntet ihr euch treffen und habt abseits von Verliebtheit und Verliebtheitssex euch wirklich kennengelernt auf Auge. Als berufstätiger Mensch ist das nicht so viel, nicht so viel Zeit, die ihr verbracht habt. Es hat sich erst heute Morgen ein guter Freund von mir, der sehr erfolgreich ist und zu dem ich auch in manchen Belangen echt heraufschaue, bei mir gemeldet, wollte meinen Rat haben zu seiner Beziehung beziehungsweise seine Beziehung geht gerade, also ist mehr oder weniger schon längst zu Ende und er schleppt diese Last seit, naja, es sind jetzt schon Jahre eigentlich mit sich rum, die haben auch schon seit Ewigkeiten keine Zärtlichkeiten mehr gehabt und wissen eigentlich, dass sie nur noch nebeneinander her leben, sie sind verheiratet, haben ein Kind zusammen und er hat gesagt, dass er, sie ist auch viel beruflich beschäftigt, also konnten sie nicht viel reden, er hat vor einigen Monaten hat er gesagt, du, wir müssen endlich darüber sprechen, wie wir das jetzt angehen, weil ich kann so nicht weiter neben dir her leben, das tut mir nicht gut und dann wollten sie darüber reden, aber haben es nicht besprochen und seitdem haben sie da nicht weiter geredet und dann ist er in den letzten Wochen, hat er, hat er eine Frau kennengelernt, die er von früher noch kannte und da waren sie einfach mal, die wollten eigentlich zu dritt was unternehmen und also mit einer anderen, mit einem anderen Kumpel und der, der konnte dann nicht und dann hat er gesagt, komm, dann machen doch wir zwei einfach was und dann waren die zusammen unterwegs, waren in der Natur und er hat sich so wohl gefühlt wie schon lange nicht mehr und er hat das so berichtet, wie er wieder sich wirklich gut gefühlt hat und selbstbewusst und wieder wie als wäre er der Alte, das ist echt so frau, wie als wäre ich wieder der Alte, also als ich noch glücklich war, als ich noch unabhängig und in meiner Kraft war und er hat mit ihr geflirtet und es war, es war total lustig, spannend und auch zärtlich und und er hat mich gefragt, ja, wie soll ich jetzt mit der Situation umgehen, weil er will das natürlich noch klären mit seiner Nochfrau und diese Frau wird jetzt in, wird jetzt ein paar Monate weg sein und tja, was soll ich machen und die Antwort liegt sowas von auf der Hand, dass ich ihm das auch klipp und klar so sagen musste, weil ich kann da, ich kann da nicht noch weiter behutsam und einfühlsam und vorsichtig so tun, als ob es eine zaghafte Lösungsmöglichkeit gibt, es gibt nur eine verdammte Lösung und die ist, dass du deinen Arsch hochkriegst und dieses Gespräch, das du immer noch nicht zu Ende geführt hast, endlich mit dieser Frau, also mit deiner Nochfrau so führst, dass du wieder glücklich bist, dass ihr an einen Punkt kommt, wo ihr euch entweder trennt oder eine Vereinbarung trefft, wie ihr das jetzt macht mit den Kindern, sodass diese Selbsttortur ein Ende hat. Alle anderen Fragen, die du vielleicht hast, wie soll ich das so hinkriegen, wie soll ich das mit dieser neuen Frau hinkriegen, mit dem Beruf und all, mit den Kindern und umziehen, ausziehen, all diese Sachen, diese Probleme sind nicht alle gleichermaßen schwierig, sondern es gibt eine Hierarchie der Probleme und der Prioritäten und auf der allerersten Ebene der Flaschenhals ist klipp und klar, dass du wieder synchron wirst, dass du wieder authentisch sein kannst. Dieses Gefühl von mit ihr, als ich dort wandern war, war ich wieder der Alte, das sollte die Norm sein. So solltest du dich immer fühlen können und wenn du das gerade nicht kannst, dann behebe diesen Fehler und die einzige Sache, die dich davor bewahrt, wieder authentisch zu sein und wieder zu dir selber zu finden, ist, weil du das größte Problem noch nicht gehoben hast und das ist das verdammte Gespräch mit deiner Nochfrau. Rede mit ihr, das musst du nicht aggressiv machen, das kannst du auch voller Mitgefühl und Herz machen, aber hab einen Plan, mach hier einen konkreten Vorschlag, sag hier so und so möchte ich das regeln, ich kann das nicht mehr, ich will, dass du glücklich bist, ich will, dass ich glücklich bin, zusammen sind wir einfach nicht mehr glücklich, aber wir wollen, dass die Kinder glücklich sind und deswegen schlage ich vor, machen wir das jetzt so und präsentiere ihr das und wenn sie nicht mit dir reden möchte, dann tut mir leid, aber dann ist das ihre Verantwortung. Deine Verantwortung ist, dass du zu dir selber stehst, um wieder glücklich zu sein und dann würde ich ihr das alles so präsentieren und sagen, du, ich muss jetzt mit dir reden. Ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht. Wann kannst du? Diese Woche. Kannst du morgen, kannst du übermorgen? Diese Woche noch. Die Menge an Männern, die sich nicht trauen, zu ihren Bedürfnissen zu stehen und die ihre Probleme größer reden als die Lösung, die eigentlich direkt vor ihnen liegt, ist erstaunlich. Die meisten Menschen verschwenden ihre gesamte Lebenszeit damit, Ausreden zu erfinden und mit sich selber zu diskutieren. Sie diskutieren in ihrem Kopf. Sollte ich das machen oder sollte ich das nicht machen? Was könnte die Lösung sein? Menschen wollen eine schnelle Lösung. Da haben wir die letzte Podcast-Folge genauso genannt. Ein schneller und einfacher Tipp. Menschen wollen eine schnelle Lösung und sind aus diesen unrealistischen Erwartungshaltungen heraus, dass sie jetzt gerade eine schnelle Lösung möchten und in den meisten Fällen ist es einfach nur ein Dopaminkick und das ist auch, was die meisten Männer dann machen, dass sie, in dem Fall von meinem, von meinem guten Kumpel, hätten sie ihm dann einfach gut zugeredet und er hätten gesagt, ja, ich verstehe, ja, ist nicht so leicht. Das ist keine Hilfe. Damit kriegt er ein bisschen Dopamin, fühlt sich gut in deiner Gegenwart und hat dasselbe fucking Problem weiterhin. Damit bist du kein guter Mann, kein guter Freund. Dieser Mann, dem müssen die Augen geöffnet werden. Der muss erkennen, wo er geschlafen hat und was er jetzt verdammt nochmal zu tun hat. Und dieser Dopaminkick bringt ihn da nicht weiter. Manchmal müssen wir einfach ein bisschen durch den Matsch robben und dann werden wir schmutzig und es ist unangenehm und dann ist es regnerisch und uns ist kalt. Aber danach fühlen wir uns einfach besser und können stolz auf uns sein. Und manchmal ist es an der Zeit, dass du das einfach machst. Und die Männer, die immer wieder versuchen, eine schnelle Lösung zu finden, eine einfache, eine angenehme, die nur einen kleinen Tipp wollen oder die sich erhoffen, okay, was soll ich machen, wenn sie ihr Profilbild gewechselt hat. Wir haben jetzt wochenlang nicht miteinander geredet, jetzt hat sie ihr WhatsApp-Profilbild gewechselt. hat das mit mir zu tun. Diese Hirnspinnereien, mit denen du dich da beschäftigst, die lenken so sehr von der eigentlichen Lösung ab und das machen sehr viele, sie werden ihr Leben lang mit diesen Spinnereien sich beschäftigen und nie wirklich zur eigentlichen Lösung kommen. Und die eigentliche Lösung ist Arbeit. Die ist Arbeit an dir selber. Die erfordert ein wenig Mut, Hingabe und deine authentische deine authentische Seite. Und das ist Arbeit. Da kommst du nur durch Arbeit hin. Und da kannst du dein Leben lang deine Zeit verschwenden mit der Suche nach der einen schnellen Lösung. Du verschwendest deine Zeit. Die gibt es nicht. Es gibt nur die langfristige Lösung. Und für langfristige Lösungen müssen wir an uns arbeiten. Wenn du der Mann sein willst, der diese Traumfrau, diese schöne, intelligente, smarte, adrette, liebevolle, fürsorgliche Frau zu deiner Frau machen kann, dann musst du dieser Mann werden, der diese Frau zu seiner Frau machen kann. Du kannst nicht einfach nur diese Frau bekommen mit ein paar Tricks. Du musst dieser Mann werden und das ist Arbeit. Deswegen gibt es bei uns keinen Videokurs, den du dir einfach mal angucken kannst, sondern tschüss. Bei uns hat jedes Format, das wir mit dir machen. Unser Einsteigsprogramm, Flörspezialisten, als auch unser Elite-Programm, wo wir mit dir drei Monate lang zusammenarbeiten und intensiv mit dir jeden Tag Rücksprache halten und schauen, wie läuft es, wie geht es weiter und so weiter und so fort. Und du einen Leitfaden hast, genau um der Mann zu werden, der du immer sein wolltest. Über konkrete Steps hinweg, die sich alle aufeinander aufbauen, wo du Stück für Stück mehr und mehr dieses Gefühl bekommst von Leichtigkeit, von Freude, von alles fließt und ich kann flirten und Leute beachten mich auf einmal ganz anders und Frauen reagieren auf mich ganz anders und jetzt habe ich ein paar Dates und auf einmal möchte die Frau mich wiedersehen. Diesen Prozess, den gehen wir nur mit dir durch Zusammenarbeit. Da bekommst du, wirst du von mir niemals irgend so ein klein, hier hast du ein kleines Leckerli, mach mal. Gibt es nicht. Vom ersten Level an, ja, Flirtspezialist, 47 Euro im Monat, kostet Geld, hast du Coaching mit drin, Flirtmasterclass, ab 2500 Euro, 4000, wenn du es noch intensiver mit uns machst. Das ist ein extrem intensives Programm und nur so können wir doch diese ganzen Ergebnisse heraus kitzeln aus euch. Geht doch gar nicht anders. All diese Storys, die wir immer wieder erzählen oder die du sehen kannst, wenn du Andy Friday Erfahrungen googelst oder die Erfahrungsberichte auf Google oder Proven Expert oder auf YouTube anschaust, so viele Männer haben da schon ihr Testimonial hochgeladen. Das kannst du dir alles anschauen. Woher kommt das alles? Ja, es gibt einen Leitfaden, aber es kostet auch einfach nur nochmal deine Entscheidung. Willst du es jetzt angehen oder nicht? Und nur wenn du dich dazu entscheidest, das anzugehen, kannst du auch dieser Mann werden. Und dann gehen wir den Weg auch gemeinsam. Dann gebe ich dich nicht auf. Das wissen Makako, das wissen Dominik, das wissen Kevin, das wissen unsere ganzen Coaches bei mir. Ich gebe euch nicht auf. Also leg los. Amnisa wie ein Pitbull. Das ist das, was mich am meisten aufregt, ist, wenn Menschen nicht ihr Potenzial leben, sei es Männer oder Frauen. Ich gehe da genauso an, ich gehe da nicht an die Decke, aber ich werde da genauso leidenschaftlich, wenn meine Freundinnen oder ihre Freundinnen oder Freundinnen von mir an sich zweifeln. Unser Job als Verführer ist es, der Frau zu ermöglichen, sich mit dir frei zu entfalten. Wie soll sie sich bei dir frei entfalten, wenn du dich nicht selber frei entfaltest? Wenn du dich nicht traust, frei zu sein? Frauen werden nur dann von dir inspiriert, sich frei zu entfalten, wenn sie von dir das als erste Instanz sehen. Also kannst du gar nicht eine Frau verführen, wenn du nicht imstande bist, dich selber zu führen und frei zu sein? Das ist doch das, was wir wollen voneinander. Wir wollen Gefühle. Wir brauchen keine weiteren Objekte. Du kannst alles heutzutage auf deinem Handy sehen. Jeder Dopaminkick gibt es auf dem Handy. Wir brauchen nicht Geld, Status, Ansehen, all diese Sachen. Es sind nicht das, was wir suchen bei anderen Menschen. Was wir suchen, sind Gefühle. Und diese Gefühle, die kannst du, die Gefühle, die die Frau mit dir fühlen möchte, die kannst du ihr nur geben, wenn du selber frei bist, Gefühle zu fühlen, um sie dann auch anzustecken. Und Freiheit, dieses Gefühl von Freiheit, das steckt sowas von an, wenn du merkst, da ist jemand, der macht einfach. Und das ist, was sie von dir möchte. Also wert, dieser Mann, entscheide dich dazu, dieser Mann zu werden und dann gehen wir diesen Schritt gemeinsam. www.flirtanalyse.de um mit uns gemeinsam in einem kostenlosen Analysegespräch einmal deine Baustellen herauszufinden und dann einen Leitfaden aufzuarbeiten, wie du dann in den nächsten Monaten an dein Ziel kommst. Ja, wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest, ist das der erste Schritt. Komm in die Flirtanalyse. Also, flirtanalyse.de dafür. Genau, flirtanalyse.de Trag dich ein. Wir machen das seit über einer Dekade. Wir wissen genau, was dein Problem ist. Wir lösen das gemeinsam. Wir kriegen dich da gemeinsam durch. Und was am Ende für dich dabei herauskommt, ist einfach nicht mehr dieses Zweifeln haben, nicht mehr nicht zu wissen, was du tun und sagen sollst, sondern das Leben, was du dir aufbauen möchtest. Das ist gar nicht so weit entfernt. Das ist eine Entscheidung entfernt. Wir sind für dich da. Wir machen das gerne, von Herzen gern. Trag dich ein. Und dann sehen wir uns schon. Die Reise ist alles. Verlieb dich in die Reise, verlieb dich in den Prozess und du kommst weiter als alle Menschen, die nur gerne an das Ziel gelangen wollen würden. Du kannst noch viel weiter als das kommen. Das Leben, was der Jan sich nicht mal vorstellen konnte vor zwei Jahren, bevor er zu uns kam und jetzt lebt. Das können sich die meisten gar nicht vorstellen, wie gut es sich anfühlt, wirklich wieder in Kontrolle zu sein und die Wahl zu haben. Möchte ich mit dieser Frau zusammen sein? Möchte ich jetzt mehr Abenteuer erleben? Möchte ich mehr Erfahrungen sammeln? Diese Freiheit, die hast du verdient, aber die hast du dir noch nicht verdient. Also erarbeite sie dir. Entscheide dich jetzt, wirst du dich auf die Reise begeben oder wirst du weiter stehen bleiben und den anderen zuschauen, wie sie an dir vorbeiziehen. Ich wünsche dir alles Liebe, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche wie immer fahr vorsichtig. Bis zum nächsten Mal.